Der HeroSpot 230 ist ausgestattet mit einer 230 Watt Weißlicht LED und den klassischen Funktionen eines Spot Moving Heads, wie ein Fahrrad mit Split-Color-Funktion, zwei Gobo-Räder 1 Fix, eins rotierbar, Zoom, Focus, zwei Prismen, die bei dem Gerät auf einem Kanal, aber ein extra Kanal für die Rotation. Im Lieferumfang enthalten ist zum Gerät ein Stromkabel mit Power-Trust-Verbindung, ein DMX-3-Pur-Kabel, ca. 1 Meter und zwei Bügel mit Quick-Lock für die Montage der Haken. Der HeroSpot 230 ist top verarbeitet, das Menü ist übersichtlich mit vier Bedienknöpfen zum Konfigurieren, Power-Twist in-out, DMX-5-Pol und DMX-3-Pol in und out. Sox-Talt Sox-Tall Sox-Talt Soxios Sox gi crushing Untertitelung. BR 2018 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 LED befindet sich an der Spitze der Hero-Spots bezüglich der Lightpower. Schöne satte Farben, zwei Gobos, zwei Prismen, Zoom und Focus liefern die klassischen Spot-Eigenschaften der großen Hero-Serie. Zudem ermöglicht die einstellbare Pulsweitenmodulation und der Silent-Modus einen kompetenten Einsatz der großen Hero-Geräte bei Theater- und Filmproduktionen. Beim Einschalten gibt es ein kurzes Geräusch. Ein bisschen schade ist es, dass bei dem fixen Goborad kein Beam-Gobo enthalten ist, denn der Moving Head ist stark genug, um einen Beam zu simulieren. Ich habe jetzt hier eine Alternative gesucht. Ich würde das jetzt als Beam verwenden, aber was mich wirklich begeistert, sind die Effekte hier oben auf der Spiegelkugel. Die machen sich durch den Streifen, der auf der Kugel rotiert, wirklich sehr gut. Wenn ihr euch jetzt noch für die anderen Geräte der Hero-Serie interessiert, ich habe zu allen ein solches Video gemacht. Vielleicht nicht so auffindlich in der Programmierung. Hier habe ich mich ein bisschen verloren. Wahrscheinlich liegt es an der Leuchtkraft oder ich weiß es nicht. Jedenfalls bei den anderen Videos zeige ich die grundsätzlichen Funktionen. Hier habe ich mir ein bisschen was verfeinert. Man will sich ja auch weiterentwickeln von Video zu Video. Ich habe jetzt, das ist das neunte Hero-Gerät, das ich jetzt zeige. Und ja, euer Feedback gerne in die Kommentare für mich und für andere. Bis dahin, viel Spaß! Übrigens finde ich die fast 1000 Watt, die hier von der Decke reflektiert werden, von den vier Geräten wesentlich cooler als meine herkömmliche Studio-Beleuchtung. Also uncool, cool. Ich überlege mir da mal was. Vielleicht brauche ich vier der Geräte hier im Lighting Room.